Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht bei der Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler, unter ein ausgerechnet Himmler, der treueste, der treu. Das ist der schlimmste Verrat von all! Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. Ein, die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler.